Ja, äh, hat erzählt, dass ich For Honor, For Honor, so runtergeladen habe. Hey, das war's in meiner Topbox gewachsen. Was? In meiner Topbox hat irgendjemand was reingestopft. Ich hatte letztens ne, was war'n das, ne Refinery war bis oben hin voll, mit Stuff. Irrigen Loot. Auch mit Schlisch. So, und jetzt geht mein Firefox auf, warum? Deja Vu, Wettlauf gegen die Zeit. Ah, ich weiß warum. Das war'n Link hier aus dem Stream. Ja, großartiger Film auf jeden Fall, kennst du den? Sonst auf jeden Fall zu empfehlen. Hast du Lust, den Militär-Tunnel mitzumachen mit mir an Trollporn? Nachdem ich den Quarry aufgestellt hab', ja. Den ich natürlich erst mal holen muss. Oder ist Machu da? Ne, ne. Oha, hier ist ein Baum gewachsen. Wie geil ist das denn? Weil ich hab' ja hier volle Übersicht, ne? Guck mal schön, das hab' ich nämlich extra freigemacht hier wieder. Das ist hier ein schöner alter kaputter Baum gewachsen, den ich direkt wegkauen kann wieder. Sieht aber cool aus, wie so'n Vogelscheuchenbaum. So'n unheimlicher Baum. Ne, warte, ich lass' ihn stehen. Ich lass' ihn mal stehen, bis der nächste Baum wachst. Wächst. Nur mal zu gucken, ob dann noch einer wächst. Vielleicht wächst er schneller. Ähm... Musik So, ich komme auf die Uhrzeit und gucke mal, wie der mich fliegen muss. Oder fliege. Von der Kirche zum Steinbuch. Wollt schon wieder raus? Oh, toll. Tatsächlich hört man dich. Ich höre nicht. Hörst du ihn? Scheinbar du jetzt, ja. Du hörst sie? Hm, wenn ich ihn höre und der Tim dich nicht hört, dann liegt es daran, dass ich dich im Spiel höre. Ich sehe, dass er redet. Jetzt. Ich höre nichts. Das kann doch nicht sein. Jeder doof. Meine Brüder können das Wort benutzen. Und dann irgendwas anderem liegen. Report. Tolpernis habe ich bestimmt so voll der Computercrack und hat alles irgendwie gegen NSA und so gesichert. Telefonstreich. Wie macht ihr das, wenn ihr Zombies abschießt? Fliegt ihr dann runter? Der hat echt zu mir rauf geguckt. Witzig. Da habe ich was gehört. Ich sehe, dass du sprichst. Das ist aber neu leider. Ach, nicht so. Nicht vom Heli aus. Klopp, един zum Beispiel ab, wenn du siehst. Ich bin überzeugt. Ich fühle dich. Ich tänne gerade alle um Schweine um, da kommt schon ein Nexer. Fünf Stück hier. Ja, ich sehe ihn, äh ne andersrum, ich höre ihn jetzt aber auch im Spiel nicht mehr reden, witzigerweise, und ich sehe deinen Stream nicht, also dein Stream ist bei mir schwarz. Och, ja, danke dir. Und es steht noch Spiel vor Sammler rein. Ja, jetzt wäre ich dich in game wieder. Vielleicht musst du im Windows das Gerät auf Standart umstellen oder sowas, dass er das nicht erkennt oder irgend sowas. Vielleicht. Ich hab keine Ahnung, ja, weiß auch nicht. Ich hab keine Ahnung, ja, weiß auch nicht. Ich hab keine Ahnung, ja, weiß auch nicht. Und seine Wüste sind echt Zombies ohne Ende. Also jetzt so leider gerade halt ohne. Ich hab mal schnell 10 Stück hier weggehauen. Zeig es doch in der Wüste, diese Katastrophe, dass da ein Zombies rumrennt. Vielleicht den Grund, mal hier aufzuräumen. Patrouille fliegen, Zombie-Patrouille. Ja, ich höre was, aber ich weiß nicht woher ich höre. Nö, nix. Nein. 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 Oh mein Dingschen ist glücklich weg. Oh mein Dingschen ist glücklich weg. Oh mein Dingschen ist glücklich weg. Nein. Oh mein Dingschen ist glücklich weg. 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 Das war's. Sollte ich mittlerweile wieder ein Stream haben? Was? Sollte ich mittlerweile wieder ein Stream sehen? Äh, ja. Alles ist immer noch schwarz. Was? Rustspiel, ist doch richtig. Mann, ich töte hier einen Zombie nach einem anderen, geiles Aim und bla. Und keiner sieht was? Da guckt ja auch keiner zu. Rust. Na, ich will immer noch nix drauf haben. Also irgendwas stimmt bei dir nicht, Chef. Mich hörst du nicht, ihn hörst du nicht, mich siehst du nicht? Weniger Einzelnen von Pan. Aber witzigerweise sieht man echt nix. Warum denn ich habe kein Bild? Ja, aber überhaupt nicht bei mir wäre das schief. Eigenschaften. Bestimmtes Fenster erfassen. Was hast du gelernt? Was hast du gelernt? What the fuck? Stimmt. Nein, jetzt nicht. Fenstertitel muss über eine Stelle. Nein. Ach. Kommt nix. Was ist das denn jetzt? Und wenn ich das Weckchen mit aus schalte, ist weg. Und wenn ich das Weckchen mit aus schalte, ist weg. Hey. Siehst du denn gar nichts oder zumindest mein Platz halt? schwarzes bild und mich also ich sehe zumindest mich und ein schwarzes bild richtig das hat nicht so gut das war so dermaßen geil gestern das Fenster-Titel das muss so lange sterben Hallo, wir transpire. Das ist ja sehr seltsam, ich krieg das nicht rein. Leider ist das auch nix. Eben, hört mal was, außerdem bist du wieder da, ne? Hört man denn was? Tatsächlich hört man die Schlaufen oder Hacken oder irgendwas machen. Und ich hör mich auch reden, also Ton funktioniert, nur Bild nicht. Das war jetzt gerade mein Smartphone-Check. Also man hört den Sound, aber man sieht nichts. Das ist ja seltsam. Obwohl, das ist natürlich der Audio, ne? Das ist Audio. Äh, äh? Äh? Okay, ich stoppe mal den Stream, sorry. Und, äh, ich starte mal OBS einfach neu. Bis gleich. Und, äh? Und, äh?